Willkommen, mein Name ist Marius Eber. Thema dieses Videos 5 zerstörerische Gewohnheiten. Ein Wort vorweg, den Inhalt habe ich diesmal nicht selber entwickelt. Sonst würde ich sagen 99,5% meiner Videos sind meine geistige Entwicklung. Hier habe ich es mal etwas anders gemacht. Und zwar habe ich geschaut bei einem brasilianischen Motivationstrainer. Warum habe ich das gemacht? Weil ich selber mich darin verbessern wollte, das brasilianische Portugiesis zu verstehen. Sprechen kann ich mittlerweile recht gut, recht flüssig und auch ohne lang zu überlegen. Also einfach so, wie ich die deutsche Sprache auch benutze. Natürlich nicht genauso, aber da bin ich schon ganz mit mir selber zufrieden. Aber ich habe manchmal immer noch Schwierigkeiten, Leute zu verstehen. Dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Und dann habe ich mir gedacht, schaust du dir einfach Videos an, wo jemand brasilianisches Portugiesisch spricht? Und dann habe ich überlegt, welche Art von Videos. Und dann habe ich mir überlegt, Thema Motivation und das sind die klassischen Themen. Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Selbstdisziplin und so weiter. Und dann schaust du da mal und da bin ich auf jemanden gestoßen, der heißt Wendel Carvalho. Und der hat, das ist gar nicht so lange her, ein Video gemacht mit diesem Inhalt. Nicht als Mindmap, sondern anders hat es einfach, hat es gesprochen. Und dieses Video bildet die Grundlage, also dieses Video von Wendel Carvalho, bildet die Grundlage für dieses Video. Noch eine Bemerkung dazu, ehe ich loslege, darf man das? Wie ist das mit dem geistigen Eigentum und dem Urheberrecht? Und die Regel ist, Ideen darf man, soll man sogar übernehmen. Sonst geht die Welt doch nicht weiter. Ja, ich muss doch, ich kann doch nicht immer bei Null anfangen und alles selber aufbauen. Sondern ich darf natürlich die Ideen von jemand anders übernehmen. Was ich nicht machen darf, ist etwas, was manifestiert ist, in irgendeiner Form, nehmen und einfach seinen Namen streichen und meinen Namen da hinsetzen. Das ist ein Verstoß, und zwar überall auf der Welt, ist das ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Aber die Ideen aus diesem Video darf man selbstverständlich übernehmen. Und ich werde sie auch nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich werde sie ein bisschen für eher ein deutschsprachiges Publikum anpassen. Aber die Grundidee für dieses Video, also fünf zerstörerische Gewohnheiten mal so anzusprechen, auf den Punkt zu bringen, ist nicht von mir diesmal, sondern von eben jenem Wende Carvalho, ziemlich bekannter brasilianischer Motivationstrainer. So, die erste zerstörerische Gewohnheit, von der er spricht, er sagt, das ist die Woche ohne schriftlichen Plan beginnen, oder die Woche ohne Plan beginnen, das schriftlich ist eine Ergänzung von mir. Ich wandle das ein bisschen ab und sage, den Tag ohne schriftlichen Plan beginnen. Und zwar ein Plan, lass mich an der Stelle das ein bisschen vertiefen, den Gedanken, passt auch zu Gebieten, die meinen sind und die Thema von den IHK-Fortbildungen sind, nämlich Zeitplanung und Selbstmanagement spielt hier rein ganz stark. Man sollte, und das ergänze ich jetzt hier, man sollte am Vorabend spätestens oder am Vortag, spätestens am Vorabend, sollte man für den nächsten Tag planen. Dann kann sich nämlich schon in der Nacht unser Unterbewusstsein so ein bisschen darauf einstellen. Wir sind morgens direkt fokussiert, sonst sitzt man da vor seinem Rechner am Schreibchen und denkt, was packst du denn hier überhaupt? Und dann kommen zig Ablenkungen und unsere Welt ist, also wir haben keinen Mangel an Ablenkungen, lassen Sie sich mal so formulieren, wir haben wirklich keinen Mangel an Ablenkungen und dann ist es nämlich passiert. Unsere Aufmerksamkeit wird weggesaugt von irgendwas und dann kriegen wir selber nichts mehr auf die Reihe. Ja, also das ist die erste zerstörerische Gewohnheit, wenn man den Tag ohne schriftlichen Plan beginnt, wenn man also, wenn man den Tag beginnt, keinen schriftlichen Plan hat, so muss man es ganz genau sagen. Und da wir gerade dabei sind, Ablenkungen, eine zweite zerstörerische Gewohnheit, und da bin ich hundertprozentig bei Wendel Carvalho, ist das Smartphone im Schlafzimmer. Das Smartphone im Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist ein Ort zum Schlafen und auch durchaus für Intimität, aber nicht für Smartphones. Ja, und dieses Smartphone im Schlafzimmer führt dazu, dass wir morgens, wenn das jemand tut, derjenige auch direkt auf sein Smartphone schaut. Ja, und damit kommt die nächste zerstörerische Gewohnheit, die ich hier auch noch direkt mit erschlagen möchte, nämlich, wenn man sich ständig Apps runterlädt und die automatische Information von diesen Apps nicht deaktiviert. Ja, wenn Sie, überlegen Sie sich bitte bei jeder App, ob Sie die wirklich brauchen. Und wenn Sie die brauchen, überlegen Sie lieber fünfmal, und wenn fünfmal die Frage ja lautet, die Antwort ja lautet, dann können Sie es machen, aber vorher nicht, dass Sie von dieser App automatisch informiert werden. Sonst bricht nämlich die Hölle los auf Ihrem Smartphone, und ständig kommt irgendetwas, was völlig unwichtig ist, aber sehr penetrant und sehr unterbrechend. Ja, also, wie nennt man das, automatische Aktualisierung oder sowas. Also, die Gewohnheit ist, jede App sendet ständig. Ja, ich drücke es mal so aus. Ja, jede App sendet ständig. Das heißt, diese automatischen Aktualisierungen sind nicht deaktiviert. Also, die positive Gewohnheit ist, dass man immer, wenn man eine App neu runterlädt, sich erst mal genau überlädt, ob man diese App braucht. Man sollte auch mal Apps löschen. Ja, habe ich vor kurzem auch wieder gemacht. Alles rausgeschmissen, was ich seit mindestens einem Jahr nicht mehr benutzt habe. Und dann sollte man zweitens sich fünfmal überlegen, ob man hier wirklich automatische Erinnerungen, ich glaube, so heißt die Funktion automatische Erinnerungen, ob man das wirklich braucht. Sonst deaktivieren bitte. Ja, und wer das nicht macht, der hat hier eine zerstörerische Gewohnheit. So, nächstes zerstörerische Gewohnheit. Jetzt bin ich wieder bei der Ursprungsquelle. Alles in der letzten Minute machen. Und Wendel hier erklärt das dann sehr ausführlich und er geht hier vor allem auf die psychologischen Prozesse ein und auf das, was das mit unserem Körper und mit unserer Psyche macht. Wenn wir alles in der letzten Minute machen, setzen wir uns selber völlig unnötig unter Druck, unter Stress. Dieser Distress führt dann zu Adrenalinausschüttungen, die sehr gesundheitszerstörend sein können. Und das alles bringt es überhaupt nicht. Sondern man sollte in der Lage sein, sich selber so zu disziplinieren, dass man die Dinge rechtzeitig anfängt und nicht erst dann, wenn der Druck von außen zu groß geworden ist. Das steckt nämlich dahinter. Alles in der letzten Minute machen, bedeutet, jeder weiß genau, dass das nicht gut ist, kriegt es aber trotzdem nicht auf die Kette, endlich anzufangen mit der Aufgabe und wartet, bis der Druck riesengroß ist und wird dann in der Regel sehr schnell und manche Leute werden dann sogar sehr gut unter diesem Druck. Trotzdem ist es auf Dauer eine zerstörerische Gewohnheit. So, was haben wir noch? Dann die nächste, das ist bekannt, das ist im Grunde eine Banalität, aber gerade diese Banalitäten werden oft übersehen. Nicht delegieren können. Alles selber machen wollen, weil man denkt, nur wenn ich selber mache, wird es gut. Alle anderen können das nicht. Das ist eine zerstörerische. Thema dieses Videos ist, was sind zerstörerische Gewohnheiten? Das ist eine zerstörerische Gewohnheit. Ja, auch ich selber habe ein gewisses Perfektionsstreben und manche Dinge gebe ich in der Tat nicht aus der Hand, weil ich weiß, sie müssen gut werden und so wie ich es haben will, kriege ich es nicht hin durch andere. Aber gleichwohl muss man andere Tätigkeiten, vor allem Routine-Tätigkeiten, Tätigkeiten, die leicht erklärbar und leicht übertragen werden können, die muss man delegieren können. Wenn man das nicht tut, dann zerstört man sich auf Dauer selber. Und Nummer 5 ist, sich selbst belügen. Sich selbst belügen ist, glaube ich, eines der größten Hindernisse in Bezug auf Selbstentwicklung. Wenn man vor sich selber nicht ehrlich ist, dann kann man sich im Prinzip auch nicht entwickeln. Weil man sich ja ständig einredet, man sei der Gute, man habe den Fehler nicht gemacht, den man gemacht hat. Man habe da alles richtig gemacht und da alles richtig gemacht. Ich kenne Leute, die drehen sich die Situation in ihrem Kopf so lange zurecht und verfälschen sie so lange, dass sie am Ende die Guten sind, obwohl es ganz eindeutig ist, dass sie in dieser Situation nicht die Guten waren. Und wir alle machen Fehler. Wir alle machen auch mal was falsch. Wir alle schaden auch mal. Wir alle schaden auch vielleicht mal jemanden, wo wir es vielleicht gar nicht gewollt haben, wie auch immer. Also ich würde diese zerstörerische Gewohnheit sogar noch ein bisschen weiter fassen und würde sagen, sich selbst belügen, und da hängen wir das mal dran hier, keine Fehler zugeben können. Zugeben können. Noch nicht mal vor sich selber. Das ist nämlich noch eine andere Nummer, ob man das vor anderen zugibt, weil manche haben dann irgendwie so ein Problem, denken, wird jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Zacken aus der Krone brechen oder was immer. Aber wenn man den Fehler vor sich selber nicht zugeben kann, ja dann kann man sich überhaupt nicht entwickeln. Also ich würde das tatsächlich, wenn ich jetzt so hier darüber nachdenke und dieses Video produziere, würde ich diese Gewohnheit sogar noch anders benennen. Ich würde das zum Hauptpunkt machen. Ich würde sagen, Fehler nicht zugeben können, ist glaube ich das, was da im Kern noch eher dahinter steckt, als sich selbst zu belügen. Wann belügt man sich selber? Wenn es um was Gutes geht, wenn es um was Positives geht? Nein. Man belügt sich selber, wenn es für einen selber eng wird. Wenn man selber tatsächlich was falsch gemacht hat. Und deswegen würde ich das mal umbenennen und würde sagen, die kernzerstörerische Gewohnheit in diesem Bereich heißt, Fehler nicht zugeben können. Und das hat wiederum zu tun mit keine Selbstverantwortung, keine Selbstverantwortung. Das ist auch eine zerstörerische Gewohnheit, denn gerade wenn man so in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentwicklung und so weiter, wenn man an diese Bereiche denkt, wenn man da Fehler nicht zugeben kann und wenn man da keine Verantwortung übernehmen kann für die Fehler auch gegenüber anderen, dann kann man sich überhaupt nicht entwickeln. Dann sperrt man sich in ein eigenes Gefängnis. Okay, das ist es zu diesem Thema. Sie sehen schon, wenn man da was aufgreift und denkt, Mensch, das hat der gut gemacht da mit seinen fünf Gewohnheiten und dann ist es dann doch wieder eher was eigenes geworden. Und das ist genau der kreative Prozess, um den es geht. Also noch einmal, Ideen von anderen dürfen Sie nicht nur übernehmen, die müssen Sie übernehmen. Und dann entwickeln Sie die weiter oder passen Sie an für Ihre Zielgruppe. Genau das, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich sage nicht, dass ich besser bin, aber ich sage und stelle hier gerade an mir selber fest, dass ich eigentlich ursprünglich vorhatte, diese fünf Ideen genauso zu übernehmen und jetzt doch eben wieder ein etwas anderes Video dabei rausgekommen ist. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.